Ein Mercedes-Benz B200 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem grauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 11.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 156 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017